Für die Öko-Milkbund ist heute auch ein wichtiger Tag. Wir eröffnen unser erstes Depot hier in Lübeck, mitten in der Stadt, im Kaffee-Sofa. Und die beiden, die das hier managen, Kim und Markus und Annette seht ihr auch, die beiden haben das hier aufgebaut im Hintergrund. Wir sind hier im Keller von dem Café, total super hier, ein altes Gewölbe, total ansprechend. Und wir haben hier so ein Board, haben die beiden hier platziert und die beiden erzählen jetzt mal, was hier so passiert. Hier haben wir mal egal, hier steht eine große Vielfalt an leckerem und knackigem Gemüse und Salat. Und hier neben haben wir unseren Kühlschrank, wo die Milch- und Fleischprodukte Platz finden. Und ja, das wird so ablaufen, dass ihr hierher kommt und euch entsprechend eures Ernteanteils dann euer Gemüse abwiegt. Genau, und dann nehmt ihr das mit nach Hause, kocht was Schönes. Einmal wöchentlich gibt es auch noch eine Rezeptidee von uns. Und ja, und dann wünschen wir euch viel Spaß beim Genießen. Und wenn ihr auch noch Interesse habt, wir haben auch noch Ernteanteile zu vergeben, ihr könnt euch gerne melden unter lübeck.de, gomelchburden.gmx.de. Ja, wir freuen uns auf euch. Also Leute, haut rein, haut die Hacken in Teer. Heute sind dann Hette und ich sogar persönlich hier. 13 bis 14.30 Uhr sind wir sicherlich hier. Kommt vorbei. So ein bisschen gibt es. Ja, und ansonsten. Und lecker Kaffee und Kuchen hier bei Sebastian im Café. So ein bisschen gibt es. Das vita ist.